Die hierzu erwerbende gut gepflegte Wohnung befindet sich in Karst. Die Wohnung wurde 1969 erbaut und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Parkplatz. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Bei einer Wohnfläche von ca. 67 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Wohnung auf 99.000 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017